hallo und herzlich willkommen zurück im nerd zeitalter bei star deus und ja ich rede ganz still weil wir sind in den weiten des als und wir wissen im all hört dich niemand schreien ja okay spaß beiseite wir haben hier irgendwo auch alien eier die irgendwann ausschlüpfen werden das wird bestimmt nicht ganz so angenehm wie wir uns das gerade vorstellen aber wir machen weiter erst mal okay die geht wieder zu sehr gut wir brauchen eine ja eine weitere säule und dann wollen wir hier bitte wände bauen genau wand so hier das hier abbrechen okay hier bitte abbrechen und wir wollen hier eine wand bauen und sie hier bitte abbrechen und dann wollen wir bitte ja eine tür und ich hier eine tür gehen sie kommen tatsächlich hier runter das heißt wir machen hier noch eine wand hin okay brauchen wir hier noch eine tür und da auch noch eine tür sonst wird das doof okay und dann müssen wir als nächstes so verbessere dein materieaktor das müssen wir noch machen jetzt gucken wir mal wo die wo die wo die verbesserung ist platte kohlenstoff zahnräder upgrade genau suche da ist es okay da ist es das heißt das werden wir jetzt mal umsetzen nämlich hier hin so okay ihr solltet eigentlich anfangen aufzuräumen so wir gucken mal ganz kurz bedürfnisse ausrüstung spacehut und den hut und lass mich raten dein kumpel trägt den helm so wenn ich jetzt noch wüsste wo dein kumpel ist kolonisten wo ist rex hat den helm sehr gut wir können ja auch noch mal gucken ob wir vielleicht noch einen space helmet haben ach der ist okay gut ja brauchen wir mal noch einen space helmet gut oh oh hansa wurde gestreichelt oh wie süß ich finde die musik sehr schön wenn sie da ist so wir können ja mal ein bisschen auf schneller gehen was haben wir denn hier also was bist denn du eine radionukleid batterie okay okay da wird gebaut sehr gut dann können wir hier direkt noch eine kopie bauen ja mit kuh ist es okay das hier dann verbinden wir schon mal du bitte hier hin und du bitte dann hier hin genau dann dann hier entweicht sauerstoff das ist schlecht okay was ist denn hier im unsicheren bereich bio opfer warum ist das ein unsicherer bereich ach es ist zu kalt es ist hier zu kalt wir brauchen hier noch eine heizung okay passt mal auf dann werden wir das hier umsetzen hier hin und umsetzen bitte hier hin das müsste gehen so okay 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 muss ich das noch irgendwie freigeben okay okay wir lassen das mal auf mittlerer geschwindigkeit okay jetzt wird zumindest diese wand hier schon mal gebaut sehr gut jetzt geht's voran leute so jawohl jetzt können wir hier verbinden du bist hier für die ganzen türen zuständig so und auch hierfür haben wir hier licht so ah ja okay binde die stasekammer ans stromnetz an okay erhöhe den luftdruck um die stasekammer jawohl das ist das nächste was haben was bist du ach du bist eine bodensteckdose oh das ist natürlich praktisch das ist praktisch aber dann bauen wir hier noch eine so nochmal zwei stromverteiler hin okay so und die anderen müssten langsam anfangen hier mal den ganzen klabberadatsch ein zu einzusammeln das wäre gut wir sehen wir haben relativ wenig Mikrochips können wir Mikrochips herstellen beschädigt so nee wir können wir können Zahnräder oder Kupferkabel herstellen und beidem haben wir erstmal gerade genügend okay na los komm bau die mal hier fertig die Dinger und hier und hier verknüpfen kann ah da wird schön rumgetragen okay was wo trägst du denn das Zeug hin ach du hast da noch was eingesammelt okay gut im Moment tragen sie alles machen hier erstmal die Lagereinheit voll das ist schon mal das ist schon mal gut und wir können mal in die Forschung gucken wir können nämlich ein bisschen was freischalten was gut ist so hier haben wir die Lichter äh Kryptogeldbörse Energiespeicher und Solarmodule brauchen wir noch nicht das ist der verbesserte Stromanschluss für ah ja okay okay das Laufband brauchen wir noch nicht wir brauchen das Lager haben wir noch freigeschaltet Schrank Stahlgardero und Warpenslocker okay so weit sind wir noch nicht wir brauchen eine Heizung und wir brauchen eine Sauerstoffproduktion so und die müssen wir jetzt tatsächlich hier unten reinbauen Spezial genau das haben wir freigeschaltet Atmosphäre hier bitte die kleine Heizung und die Mini Sauerstoffpumpe so wir verbinden dich dich und dich und du könntest hier auch noch hier das Licht machen was man nicht sieht ähm okay das bleibt dann aus okay das Pflanzgerät werden wir auch mal umsetzen nämlich hier hin so hier wollen wir nicht pflanzen ah nein ich bin auf dem falschen hier tü 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 pflanzen okay da wachsen einfach nur Standardpflanzen okay weil wir die erst freischalten müssen so beginne mit der Nahrungsmittelproduktion ja oh wir brauchen Festplattenspeicher okay wir brauchen EDV Festplattenspeicher so ja das hat keinen Zugang das heißt wir gehen hier hin und hier hin mhm so so wir gucken mal was es sonst noch wichtiges gibt ein Minichor okay hier sind eine Menge toter Menschen okay es wird alles gut gut herangeholt das gefällt mir jawohl das hier können wir abbauen haben wir hier sonst noch einzelne kleine Teile rumfliegen wir gucken mal das hier könnten wir tatsächlich abbauen mhm das könnten wir abbauen dann können wir hier dicht machen das hier müssen wir auf jeden Fall ranziehen dann müssen wir das hier noch ranziehen und das müssen wir auch ranziehen so okay wir müssen das hier direkt verbinden damit hier sofort Sauerstoff und Wärme entsteht das können wir uns direkt mal anschauen jawohl ja ah jetzt wird hier gerade noch das Wasser hergebracht okay Leute guckt euch das an okay das funktioniert tatsächlich erstmal was bist denn du nicht identifiziertes Rungenschaft das war hier aber eben noch nicht freigeschaltet finde ein Ei auf dem ich will dieses Ei eigentlich direkt zerstören weil da kommen böse Tiere raus okay anscheinend kann ich das nicht mhm okay noch ein Objekt im unsicheren Bereich was was bist du du bist eine Überlebensraktion okay umsetzen ne du bist der Tisch hier die Überlebensration die bitte umsetzen mach bitte hier hin so war schon bereit zum freischalten jetzt müssen wir die Nahrungsmittel Produktion machen Energie Unterhaltung Wohnen Lebenserhaltung ähm wir brauchen dich hier und äh okay okay hier ist ah hier sind die Krabbler okay wir können doch jetzt hier sagen Worker äh hier sind Krabbler geschlüpft okay die Worker kämpfen ne okay ah da Attack Angrolsch Attack Attack und Attack so okay da fängt es jetzt nämlich an lustig zu werden und noch mehr okay noch mehr Kreaturen okay Angrolsch bleibt hier stehen so da kommt kommt Flaschenpfand um die Ecke aber wo bleibt denn hier Daywalker ah der bewegt sich nur sehr langsam okay dann brauchen wir wahrscheinlich hier gleich noch eine Reparaturstation eine Reparaturstation die müssen ja auch noch angeschlossen werden hier und hier so und was macht Random Random greift nicht an okay 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 aber die Reparaturstation kommt die Reparaturstation kommt dann sollten die repariert werden können okay äh so komm schon fang mal an das bitte zu bauen zu bauen hier okay ja genau die sind nicht böse die wollen doch nur spielen ja ja die die wollen mein Gesicht knuddeln die wollen mein Gesicht knuddeln so wir gucken mal kurz hier rein Sauerstoff na gut hier hinten ist es echt nicht so gut aber ah okay ist ist noch nicht ideal Leute ist noch nicht ideal äh wir wollen einen eine Kopie bauen die setzen wir hier hin und dann hier bitte noch eine Kopie bauen so ja sie ist sehr sehr blecht so ja es ist ein richtig richtig cooles Game da kommt auch noch richtig viel äh kommt auch noch richtig viel Content wohl dazu so der Partikel Sammler hier hier ist das Ganze hier liegt noch Protein rum okay mhm so okay wie sieht es denn hier mit unserem Lager aus okay wir haben nicht mehr viele Zahnräder Forschung zum Freischalten wir gucken mal Lager die Winde haben wir schon okay verbessert der Stromanschluss das Laufband verbesserte Heizung das wäre jetzt natürlich der nächste Schritt könnten wir eine Heizung abbauen Elektronik ja wir brauchen Elektronik uns fehlen nämlich Transistoren und Mikrochips so ähm dann sagen wir jetzt hier äh tötötötö nicht aufgebaut ausschalten können hier okay äh Zahnräder herstellen gewünschte Menge gewünschte Menge 15 dann wollen wir bei Leerlauf warnen nee Handwerkstisch nee ich man konnte doch hier glaube ich äh mehr Dinge in Auftrag geben hm 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 okay machen wir erst mal das machen wir erst mal nein du sollst dich nicht draußen umgucken ach so der oh Hansa guckt gerade außen und beide haben sie gelacht okay wie geht's dir denn bedürfnisse spaß spaß drei prozent okay ganze drei prozent hat Hansa spaß so man kann immer nur eins bauen keine war ah ja okay okay gut dann ähm du verbindest bitte hier hin so so und dann sollte hier drin tatsächlich genügend O2 entstehen und jetzt bist du fertig bedeutet du machst hier mal bitte noch wahr aber ich glaube jetzt kriegen wir hier natürlich ein Problem okay wir machen jetzt hier erst mal das Verbesserungsmodul auswählen wir gucken mal kurz auf unseren Strom so da gab's doch eine coole Übersicht für den Strom äh wir sind derzeit in der Lage 43 kW zu produzieren der Spitzenverbrauch hat 80% überschritten ha als hätte ich's nicht geahnt wir bauen eine Kopie und diese Kopie setzen wir direkt bitte hier hin mhm so so und dann können wir theoretisch hier Boden bauen so 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 und so okay kriegen wir das mal hier langsam dicht kommt hier eine Wand rein hier machen wir auch noch eine Wand hin und dann können wir anfangen das ganze mit Sauerstoff zu zu äh äh hier oben nicht hier der Blitz ist es nicht damit mache ich nur die Verbindungen für den Strom Ressourcenkonto Missionen Überreaktion Ereignis Protokoll Forschung Sternenkarte oh mein Gott Sternenkarte Leute die Sternenkarte ist noch ein Ding genau sobald wir die Brückensteuerung haben Jobs Kodex Suche aus dem Eis etwas geschlüpft äh äh wo ist es hin okay warte mal was ist denn hier noch warum entsteht denn jetzt auf einmal Essen so kommst bitte hier hin bist du ach du bist eine Sta hier ist gerade eine Stasenkapsel angekommen spiele Kolonisten habe ich denn ne sind alle tot okay sind alle tot passt 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 ähm gut was machen wir denn mit dir hier Kodexeintrag außerirdische Eierschale Überreste eines außerirdischen Eis okay okay wir gucken nochmal hier rein okay jetzt sollten die Leute hier drin tatsächlich überleben es ist warm genug und wir haben hier genügend Sauerstoff abgesehen davon dass hier ein paar Tote liegen und dass wir hier außerirdische Eierschalen haben und ich nicht sehe was da geschlüpft ist bewegt sich aber auch nichts versteckt sich bestimmt irgendwo okay wir können wieder Borschung freischalten äh ja das ist nur die eine hier das ist die verbesserte Heizung 7 2 okay da machen wir mal noch nix da warten wir mal noch ja genau nur weil sie überleben könnten heißt das noch nicht dass sie es auch tun das ist völlig korrekt so ähm wir könnten mal hier sagen bitte die Tür öffnen ähm offen halten so und das hier bitte auch offen halten so jetzt müsste hier tatsächlich Sauerstoff reinkommen sodass man hier kurz durchgehen können na es wird auch wärmer es wird auch wärmer und dessen wird hier schön gebaut das erfreut mein Herz dann fangen wir jetzt mal an ähm hier hier dich hier mal abzubauen äh Auswahl benötigt Aktion ja bestätigen ich hätte gerne gesehen was das ist okay und oh hier ist auch noch ein ist auch noch ein Solarpanel das sollten wir tatsächlich hier holen ja das sieht eigentlich gut aus das geht hier drauf und das geht hier rein jawohl gut dann können wir hier auch schon mal die Winde bauen äh Windenhaken hierhin und hier den Winden Anker können wir das schon mal ranziehen okay das hier bauen wir ab wir ziehen nur die Teile hier ran wir haben hier keine einzige Schubdüse dran fällt mir gerade so auf doch ha ha eine ganze Schubdüse haben wir Leute eine ganze Schubdüse der Lu äh guten Appetit einen guten Appetit wünsche ich dir so okay das läuft hier eigentlich so welches Objekt ist denn jetzt im unsicheren Bereich warum ach weil die Temperatur kalt ist okay äh haben wir hier alles hergestellt ja haben wir genau dann gehen wir mal hier drauf und sagen jetzt bitte äh wir wollen keine Zahnräder mehr wir wollen jetzt bitte Transistoren 15 so okay dann können wir hier die Tür wieder automatisch schließen und hier automatisch schließen so jetzt müsste hier eigentlich der Sauerstoff drin gefangen bleiben 13,3 ist nicht gerade nur noch 13,1 hm okay dann wir können weitere Forschung freischalten hier drüben nix was haben wir hier oh die Exit Booth das wollen wir nicht okay ich sehe nur ah hier das wäre die verbesserte Heizung okay wir müssen warten wir müssen warten so was fehlt denn hier hier wieder haken okay okay warum wird da jetzt nichts hingebracht den Transistoren sind durch 15 15 sollten sie herstellen nee 10 sollten sie doch 15 okay das heißt auf die 5 warten wir noch genau und hier oh wir brauchen dringend wir brauchen dringend hier wie geht's denn unseren Workern die denen ist immer noch nicht gut ja dann habt ihr jetzt die jetzt habt ihr die Reparaturstation äh es gibt noch ne die sind beide tot okay other 13 äh da war doch gerade eben einer ach cash okay okay die Krabbler sind alle hinüber okay warum sind die denn einzeln wahrscheinlich weil die später aufgewacht sind okay hier wird gebaut äh wir versetzen dich mal ähm umsetzen mal bitte hierhin und dann machen wir dich hier weg so und wir könnten das hier weg machen und das hier na gut sehen wir gleich sehen wir gleich das muss auch noch gebaut werden was haben wir hier okay so passiert denn gerade nicht so viel mal kurz hier mal schneller machen okay 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 sie sind sie sind einfach nur ordentlich beschäftigt sie sind einfach nur ordentlich beschäftigt und ähm äh ich würde sagen damit sind wir wieder am Ende einer folge für die die gerade zuschauen es geht kurz in ein outro bleibt dran und wir sehen uns dann gleich wieder bis dahin euer Sven mit ein bis 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 die